Seit Juli 2024 hat der Deutsche Bundestag ein neues Gesetz verabschiedet, das deutschen Staatsbürgern doppelte Pässe ermöglicht. Panama könnte eine Option sein, um diesen zweiten Pass im Ausland zu erhalten. Dieses panamaische Visa-Programm erfordert die Eröffnung eines Festgeldkontos für fünf Jahre. Es legt eine Mindesteinlage von 250.000 Dollar bei einem Zinssatz von 4,5 Prozent fest, um monatlich 850 Dollar zu erhalten. Sowohl das Kapital als auch die Zinsen gehören vollständig dem deutschen Staatsbürger. In Panama sind Gewinne aus Bankzinsen von der örtlichen Einkommensteuer befreit. Nach der Eröffnung des Bankkontos werden einfache, beglaubigte Dokumente aus Deutschland benötigt, um die örtlichen Anforderungen zur individuellen oder gemeinsamen Antragstellung mit Familienangehörigen zu erfüllen. Dieser spezielle Panama-Pass, obwohl er eine Aufenthaltsgenehmigung von fünf Jahren gewährt. Für weitere Informationen, kontaktieren Sie uns.